Sonst Beule Sonst Netzer, ey Die Schmutzschmütze Cheats kann man auch nicht, Mensch Ja, jetzt guck nochmal, ob du die Oder hast du schon geguckt, ob du die Soße mit der Dings, mit der Superplasma-Buckel da auffallen kannst? Ja, toll, und wie soll ich denn da noch stehen bleiben? Da kacke ich ja ab Ach, scheiße Ich bist so unnöt, ich weiß jetzt Danke Ich weiß, dass ich unnötig bin, ich bin ja scheiße, ich weiß So geht's jetzt besser Das stimmt, genau Ist das ungefähr unter der Soße? Ich hoffe, sehen wir gleich Jetzt nimm mal dein Piss, oder die Piss, oder die Arsch auszunehmen Das ist hochgrottisch Ja, schon sagt So, runter mit der Soße Soße Lutsch Working Fucking awesome Hey Cool Oh, ich bin so gut, sag das ich gut bin Du bist scheiße Ak-Faktor So, das wir sind St. Jove, o for keeping your in Richputsch Schweres clean Aperture das sieht gefährlich aus sie doch ab das ist nicht geht da ist aber vielleicht muss ich dadurch ab dem arzweiten ja genau so muss ich sagten zu packen dahinter kommt er ganz will da drüben der Ort jetzt kannst du doch deutlich dass verlängern oder ja ich kann nicht verletzt da hat sich blau gemacht so und jetzt Prozent zum abunter das bringt ja nichts doch das bringt ihr was die Morona immer dahinter da ein hier oder Katnick die durch das Portal er das Portal noch geht ja nicht nein also geht es doch die dahin jetzt muss das gleiche erwähnt da geht dahin und er ist jetzt dass ich da wieder ich springste hier auf die blaue da und dann schon sehr hoch war wenn es wirklich anders wird so schwer ist das nicht wird wird kommen ich kann mich nicht allein befreien kann ich nicht anders die ich komme da sonst nicht gerade hin sonst machen wir die Brücke jetzt weg ja ok warte werde ich nein scheiße wieder das ist doch nicht die Lösung wofür ist denn hier noch dieses Teil in der das hier was bringt dir der die Frage guck mal unter die Brücke da guck mal da ist doch so ein Ding Symbol oder nicht unter dem dem Giz Teil ja 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 komm denk 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 hier da da auf das Ding dann oh oh ich muss erstmal hier wieder mein Dings umbauen oh ok ok und jetzt kann ich hier so aus dem liebte schrecklich zu machen auch ein wiii wiii siehst du ja sagt dass ich toll wäre ja das ist schade doch die Montageeinheit kann euch beiden helfen auf der letzten Strecke werdet ihr sie brauchen nö noch nicht wuii ach ja hm interessiert ich mag die diese alten Test Strecken für lieber als sie ja die sehen vor allem viel cooler aus sie haben so was muss traurig und schusses Rief und dass eure Tests nicht wirklich wissenschaftlich sind hat euch hoffentlich nicht traurig gemacht ist nicht bereits dieser Einsicht selbst eine Acht von Tests Glückwunsch zum Abschluss des Tests danke hier dieser Kastus Sarkastus da muss ich zerstes hin hier ist da herein heraus mit der Soße und nochmal bitte so jetzt muss man da bestimmt sich irgendwie raus droppen lassen warte mal jetzt äh achso kann man äh ne Soße woher sollen wir denn hin da sollte der so 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 ich muss erstmal nach da oben so dann beschleunen ach du scheiße ne genau ich muss jetzt genau da unten musst du mich jetzt da irgendwie mal da so gegen schießen na hola kommst du da rein oder so jetzt aber doch gerade jetzt ja ja ich hab's geschafft und du komm ich jetzt da so da 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 so warte na jetzt aber auch da immer schön alle immer schön das so knapp den sehr höflich ja ja damals als das hier noch allerdings wie hieß er noch wie der Johnson da geleitet hat da war Apple da hinten kommt genauso runter Alan hallo 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 Monsieur so so warte 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 ja sehr gut Jets wirst du hier kannst du jetzt glaube ich durch die doch ich kann roto klatschen dann dahinten so da hinten frag mich nicht wie du dann weiterkommst jetzt glaube ich war sowieso schwierig nein doch da oben sind Portale mach Marc Gell an Prozent warte mal wo kommt das Wort hinter dir nachher 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 auch mal nachher es gibt keine Menschen mehr hier drin doch alles direkt scheiße nicht so so nö aber so now I need to save your ass da kann ich dir was hin machen da kann ich auch was hin machen da kann ich was hin machen kannst du bei dem das gel da wo ist denn das Gel-Teil da hinten wie gut ach ja richtig so mach an so so und jetzt das heißt wenn ich da jetzt aus kann ich da irgendwie wo kann ich mich denn beschleunigen ich glaube da musst du dich auch gar nicht beschleunigen manchmal wo der Portal da ein dunkelblaues irgendwie dahin ja und dann fliehst du dort oben und raus und fließt in die Wand und da egal versuchts einfach mehr sterben kannst du nicht so okay dann hätten das ja geklärt das ja ich müsste eigentlich theoretisch da wo da da oder nicht der klatschen der Oma das ein Klingsbums hinbekommen Leuchtstrahl wo hin ja aber es ist mit dem hellblauen Leuchtstrahl das sieht schon besser aus das sieht doch jetzt kann doch die andere Seite wo hier das wird noch weniger noch mehr haben auch noch was bringt die ganze Menge oder ist das bringt nichts okay ist es macht es noch mal auf die andere Seite da geht da wo du es davor hat ist ja genau du der ist hochsprach springst du dann komme ich dann da runter dann nicht auch unten ja 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 ja